Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute diese Mini-Maus Spielküche von Smoby für euch. Geeignet ist das Spielzeug für Kinder ab anderthalb Jahren, also 18 Monaten. Und ich hatte euch schon mal eine Spielküche von Hello Kitty und auch den passenden Servierwagen dazu vorgestellt. Diesmal eine von Mini-Maus. Ich würde sagen, wir packen sie einfach aus und schauen sie uns genauer an. Dann gucken wir mal, was drin ist. Zuallererst fallen mir diese schwarzen Öhrchen in die Hand. Das sind dann wahrscheinlich die Ohren von der Mini-Maus. Dann haben wir so ein Teil. Da weiß ich leider noch nicht, was es ist. Könnte die Küchenfront sein. Sieht ein bisschen aus wie ein Käfer, finde ich. Hier haben wir dann eine Schublade. Das könnte ein Waschbecken sein. Regale, davon haben wir zwei Stück. Dann haben wir hier noch Küchen-Utensilien, wie zum Beispiel ein kleiner Topf, einen Löffel, einen Becher und alles, was man so für eine Küche braucht. Jetzt kommt ein großes Teil. Das ist wahrscheinlich dann der Herd. Hier hat man auch schon so zwei Räder. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil. Das wird, glaube ich, auch so eine Art Regal sein. Oder auch hier Herdplatten mit verschiedenen Öffnungen. Da kann man dann sein Gekochtes beispielsweise reinstellen. Und das war es auch schon. Der Karton ist leer. Diese ganzen Teile gilt es natürlich dann aufzubauen. Aber das machen wir dann im nächsten Video. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch. Hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!